Das ist gut so. Hallo, ein riesen, riesen Dank an alle. Wir haben es geschafft, wir haben die Funding-Schwelle geknackt von Freitag auf Samstag Nacht. Das ist unfassbar geil. Uns allen fällt ein Stein vom Herzen. Den Film wird es definitiv geben. An dieser Stelle ein großes Lob und riesen Dankeschön an alle Unterstützer. Was in der letzten Woche passiert ist, war unglaublich. Damit haben wir nicht gerechnet. Ja, riesen, riesen Dankeschön. Genauso auch an die Jammedien-Crew, die in den letzten Monaten so viel hinter den Kulissen gemacht haben. Ohne euch würden wir hier auch nicht stehen. Auch an dieser Stelle riesen Dankeschön für eure ganze Hilfe und Unterstützung. Jetzt geht es aber darum, wir sind jetzt schon Deutschlands größtes Funding-Projekt im Loko-Bereich. Wir haben aber die Chance, auch noch Europas größtes Funding-Projekt zu werden. Das mit einer Randsportart wie Hockey ist, glaube ich, ein Statement, was uns nochmal richtig gut tun wird. Deswegen, das Funding endet erst am Freitag, den 15. Also wir haben noch fünf Tage Zeit, um richtig Gelder einzutreiben. Und wie ihr wisst, wir wollen auch drei Zusatz-Dokus machen, die den Sport und den Film einfach noch größer und umfangreicher erzählen. Deswegen bitte, 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 spendet weiter, geht auf unsere Seite, unterstützt uns, sucht euch ein Dankeschön. Jeder Cent bringt uns nach vorne und bringt unseren Sport vor allem nach vorne. Also nicht aufhören, bis Freitag 23.59 Uhr sind die Telefone heiß. Also bitte weiter wählen, weiter unterstützen und Gas geben. Vielen, vielen Dank.